Mehr Selbstbewusstsein im Leben, im Verkauf und im Beruf. Nur wie soll das möglich sein? Die meisten von uns haben genau die Herausforderung. Und wir versuchen sehr viel da draußen genau das zu kompensieren. Mehr Schulungen, mehr Ausbildungen und so weiter. Jedoch es liegt nie an den Dingen im Außen, es liegt immer an den Dingen im Innen. Und genau da möchte ich Sie hinbringen, zu sagen, ich baue von innen Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen auf und all das in nur wenigen Tagen. Hallo, ich bin Norman Greta und unterstütze Sie dabei, in wenigen Tagen das Selbstbewusstsein aufzubauen, das Sie zu Ihrem persönlichen Ziel bringt. In einem dreiteiligen Online-Programm finden Sie das Wissen, wie Sie mit sich selbst kommunizieren müssen, wie Sie besser mit anderen kommunizieren, wie Ihre Hardware funktioniert und wie Sie sich richtig Ziele setzen. All das mache ich Ihnen vor in einem sechsjährigen Eigenexperiment. Das nächstes Jahr stattfindet in der Porsche Arena Stuttgart. Auch hier erhalten Sie eine gratis Eintrittskarte für diesen Event plus mein Hans-Inger das Tagebuch, wo Sie genau den Bauplan erkennen, wie ich das geschafft habe, über sechs Jahre das Leben meiner Träume aufzubauen und mein großes Ziel zu erreichen. Melden Sie sich jetzt an unter www.rockme.de und erhalten dort auch unter dem Link unter diesem Video direkt einen Bundle zu einem einmaligen Sonderpreis von nur 199 Euro inklusive der Karte, inklusive dem Trainingsprogramm in diesen drei Teilen, dass Sie zum Event hinführt wird und der Event wird dann quasi der krönende Abschluss sein, wo Sie sehen, wie ich das in meinem eigenen Leben umgesetzt habe und zum Erfolg gebracht habe. All das und noch viel mehr bringt Sie zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstliebe für sich und dann auch für andere. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Das Wichtigste ist, dass Sie sich entscheiden, es zu tun. Daher klicken Sie sich direkt jetzt unten rein und starten noch heute mit dem Leben, das auch Sie verdienen.